Was braucht man privat für meine Fähigkeiten, die ich hier brauche, ist das Durchsetzen und die Geduld. Wenn man zum Beispiel eine Leidenschaft im Lager arbeitet, kann es stressig sein. Aber ich finde, mit der Zeit kannst du gut damit umgehen. Und das brauchst du auch privat. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich mich generell auch einfach interessiere. Generell im Auto, im Motorradtechnischen. Um die Teile, was machen die Teile zum Beispiel, wie funktioniert das richtig, wie wird es eingesetzt. Und ich fahre auch selber Motorrad, der 125er und da interessiert man sich schon ein bisschen. Unter unserem Lehrling haben wir es gut. Wir verstehen alles gut. Wir essen alle zusammen. Meistens alle zu Mittag zusammen. Und wir haben Spass. Man kann lustig sein mit denen. Man kann normal reden. Es ist eigentlich alles gut. Es läuft. Wir sind einfach unser Team. Ich finde es sehr stark. Wir helfen gut zusammen. Immer wenn ich Probleme habe oder sonstige Fragen habe, habe ich immer alle zur Verfügung. Alle helfen mir. Wir suchen mir gut vor. Wir suchen mir gut vor.